Äh, Fragmentary Passage, äh, 0.2 und so weiter und so fort. Ich muss mich jetzt natürlich erstmal wieder einspielen. Willkommen zu... Zu, lass uns doch erstmal sterben gehen. Das war die falsche Taste. Egal. Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz wieder reinkommen. Äh, es ist der nächste Tag, wie ich ja auch angedeutet hatte, dass ich erst morgen weitermache. Ich hab mich ein bisschen umgezogen. Und krieg jetzt halt erstmal richtig hart auf die Fresse. Was hätte nicht passieren sollen? Ja, ich werde jetzt heute versuchen, so lange zu spielen. Wie ich Ähm, muss Um Eins, zwei, drei Ich werde heute so lange spielen. Und das hätte nicht passieren dürfen. Okay. Ich muss mich ein bisschen einspielen. Ja, ja, sagt ich ja heute. Aber ich bin optimistisch, dass ich das heute irgendwann im Laufe des Tages schaffen werde. Jetzt kommt der Dreier. Okay, mit dem habe ich jetzt gerade nicht gerechnet gehabt. Mit dem auch nicht. Jetzt kommt der Dreier. Ja, das war gar nicht mal so schlau. Ja. Perfekt. Okay, das wollte ich haben. Und go. Okay. Also, wir kriegen das irgendwie. Oh Gott, da war ich nicht schnell genug. Oh, fuck. Das war die falsche Attacke. Okay, eins. Das war dumm. Und das war okay. Jetzt kommt der Dreier. Okay. Okay. Ich bin... Wie gesagt, optimistisch, dass ich das heute irgendwann hinkriege. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen umgezogen. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich ein bisschen blauer bin. Ich habe mich ein bisschen farbenfroher... Uiuiuiui, das war knapp. Haben vorgestellt. Oh, fuck. Ich dachte, die würde... Ich dachte, die würde laufen. Mhm. Fuck. Vorsicht. Ja, perfekt. Okay, perfekt. Boah, Leute. Okay, sehr schön. Puh. Kurz durchschnaufen. Das ist mein erster Versuch, oder? Ja, das ist... Oh, ich bin eigentlich positiv überrascht, dass ich beim ersten Versuch doch schon so weit komme. Ich muss also, wie gesagt, gestehen, also bevor ihr jetzt denkt... Ich denke mir alle Taktiken hier selbst aus. Ich habe mir gestern ja schon ein Video angeguckt, wie jemand diesen Kampf gemacht hat. Das heißt natürlich nicht, dass man das dadurch kann. Aber ich habe natürlich natürlich... Wie gesagt, diese Stretch, die ich hier gerade mache, die habe ich natürlich daher. Okay. Jetzt... Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Genau das. Was? Was? Alter! Die Rasse total... Habe ich die Phase jetzt wenigstens überstanden? Okay. Leute, wir haben zum allerersten Mal... Es war unglaublich knapp und mit zwei Items. Das sollte natürlich eigentlich nicht passieren, weil ich glaube, so viele Items kann ich da nicht mehr einsetzen. Aber wir haben tatsächlich es mal geschafft, diese Phase zu überstehen. Oh nein. Oh scheiße. Ausweichen, ausweichen und blocken. Das hat einfach nochmal funktioniert. Ich wusste gar nicht, dass sie das auch noch so macht. Ich dachte... Ich dachte halt, sie würde es nicht tun. Da muss ich was sagen. Items kann ich immer noch nicht einsetzen. Ich warte jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich nur eine gewisse Anzahl von Items überhaupt einsetzen kann. Oder ob die sich wieder aufladen. Also das heißt, ob ich gleich wieder Items einsetzen kann. Irgendwann nach, weiß ich nicht, 30 Sekunden, 2 Minuten, 1 Minute. Ich weiß es nicht. Oder ob ich wirklich tatsächlich nur eine gewisse Anzahl von... Fuck. 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 Das war ja richtig schlecht. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Und das ist jetzt schlecht, weil ich kann keine Items mehr einsetzen. Ja, damit ist das auch leider schon vorbei. Ja, schade. Okay. Weiter haben wir es bis jetzt noch nie geschafft. Das ist... Darauf möchte ich Wert legen. Weil das war der erste Versuch. Aber... Ich glaube, ich werde das Ganze hier gleich mal im Schnelldurchgang weiterführen. Weil das ist ansonsten hier... Ja. Genau. Mal schauen. Eventuell werde ich das Ganze jetzt im Schnelldurchgang machen. Weil die nächsten 5 Stunden... Fuck mal live. Fuck mal live. Okay, ich hätte mich vielleicht nicht heilen sollen, aber... Okay, jetzt gleich geht's weiter, in die nächste Runde. Ja, da war's schon. Fuck! Warum dachte ich mich in der Person so im Scheiß drin? Okay, jetzt fängt Bits. Der Scheiß wieder rum. Das ist jetzt natürlich kacke. Das hätte nicht passieren dürfen. Was eine Scheiße. Was eine Scheiße. Okay, da war ich grad tatsächlich nicht gere... Warum macht sie denn zweimal das gleiche, den ganz gleichen Scheiß hintereinander? Jetzt macht sie genau... Boah, als hätte ich das gewusst, ey. Achso, ich warte mal kurz, bis ich meine MP wieder... Okay, das sollte reichen. Jetzt kommst du wieder mit der Attacke. Okay. Komm schon! Ah, fuck it! Ah, fuck it! Ah, jetzt kommt sie wieder damit. Oh, ist wirklich. Okay. Hab ich grad kurzzeitig aufgepasst? Ah, jetzt ist euer Scheiß. Ich werd diesen Kampf noch meistern. Irgendwann. Ich hoffe ja heute. Also ich hoffe, ich werde heute diesen Kampf hier noch schaffen. Ich werde dich... Oh, fuck. Nicht aufgepasst. Egal. Komm schon! Glück gehabt. Glück gehabt. Glück gehabt. Glück gehabt. Das für ein Glück. Der Dreier. Dumm, dumm, dumm. Willst du nicht laufen? Ja, gut, du willst laufen. Dankeschön. Ein bisschen MP regenerieren hier. Mir wird auch grad ein bisschen kühl, muss ich gestehen. Eigentlich wüssten wir warm werden. Aber es ist grad ein bisschen kühl hier. Wüssten wir gleich mal Polo ranziehen. Ähm. Gut. Ich weiß immer noch nicht, ob ich beeinflussen kann. Wann sie diese... Diese Attacke machen. Ich weiß nicht, ob ich das beeinflussen kann. So, jetzt gleich hab ich... Jetzt hab ich dummerweise kein Mana. Jetzt wird's richtig schlecht. Weil... Jetzt das kommt. Wie ist das jetzt? Ach kacke. Pfff. Was? Was? Ah fuck my life. Ah fuck my life. Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Das ist gut. Weiter geht's. Ja. Das ist gut. Okay. Das war jetzt nicht ganz so schön. Egal. Alles gut. 1, 2, 3, und jetzt kommen die 3 normalen Attacke. Also die 3 schnellen. Es gibt 3 langsame Attacken und 3 schnelle Attacken bei dem roten Faden hier. Und dann gibt's ne Tipp. Ja genau. Lass mich mal aufladen. Auch wenn ich mal wieder beim allerersten HP-Balken bin. Von ihr. Ja. Na toll. Ja juli. Have a looked. Yeah. Aww. Jetzt kommt die rote Attacke Tut sie nicht Kommt ernsthaft nochmal mit dir? Kommt ernsthaft zweimal mit der Attacke? Direkt hintereinander? Ich weiß halt wie gesagt immer noch nicht Ob ich das wirklich beeinflussen kann Dumm Wusste ich, dass das kommt Ich habe es trotzdem verkackt Fuck Nein Ja Okay Schön Also wie gesagt langsam Langsam steigere ich mich Ich habe nur starke Probleme Wow Ich habe starke Probleme In der Phase Wo In der Zwischenphase In der Zwischenphase habe ich noch starke Probleme Weil ich noch nicht genau weiß Diese Ja ich vergesse immer so ein bisschen die Reihenfolge Von den Attacken die kommen Oder wenn es überhaupt eine Reihenfolge gibt Ich wünsche es ist auch random Ich weiß es nicht genau Aber Ich reagiere zur Zeit noch Zu schwach Zu schlecht Rauch Ja schon Muss ich mal ein bisschen Okay Aua Jetzt kommen die drei schnellen So Und jetzt wird es problematisch Weil Jetzt sollte ich sie die nächste Phase bringen Okay Da ist eindeutig noch ein Problem I Need to double jump there I Fucking need to double jump there Ich Es gibt eine Konzentration, wo er irgendwie den Bach runterkommt, ja, sehr schnell. Konkur, Konkur, der Dreier, komm schon. Ja, schon. Das war das erste Mal, dass ich getroffen habe, dass du ein bisschen wirst. Aber es war zu früh. Oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt habe ich... Oh mein Gott, das ist ja gemein viel zu früh dran. Was für eine Scheiße. Okay, diesmal wenigstens nicht zu früh. Komm schon. Komm schon. Fuck. Schlecht. Schlecht und einfach schlecht. Und wieder zu früh. Ich verliere gerade an Konzentration. Das ist nicht gut. Ja. Ja schön, geht doch endlich mal wieder getroffen. Ganz schön, geht doch endlich mal wieder getroffen. Nein, 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 ich fahr nicht schnell Hmm, ich von meinen K mamy ich habe gerade sagen greift doch an du pute war ich wieder ins ford online drin und schweiz war online ist hier vor die bitte ok ich lasse dich laufen ja sei doch noch ein bisschen langsamer wird in der aktionsgeschwindigkeit da hättest du auch wirklich gar keine chancen hier 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 Geh, geh, geh! Geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, 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 geh! Komm schon. Ich muss eigentlich... Das sind ja eigentlich tatsächlich noch gar nicht so wirklich ernst gemeinte Versuche, weil... Ich muss mir ja erstmal... ...die Phase genauer anschauen. Ohne diese Phase kann ich gerade, glaube ich, eh... ...eher wenig anstellen. Ähm, diese... ...die Schlussphase, die... ...fickt mich vollkommen! Also die, die, dieses... ...da, wo ich hätte hochspringen müssen. Aber ich bin natürlich auch nicht aufgepasst. Dumm. Das war dumm. Aber egal. Komm, schau mal. ... Okay, ich lass dich lauten. Ja, ähm, wie gesagt, ich werde, wahrscheinlich wird das hier in 5 Stunden parten, fuck my life, wahrscheinlich wird das hier in 5 Stunden parten, eventuell sprühe ich den sogar vor, kann durchaus sein, dass ich den Vorsprung habe. Das kommt tatsächlich darauf an, wie lange ich im Endeffekt wirklich brauche. Fuck my life. Wow, wirklich, da ist die Wand. Fuck. Ja, da wird noch ein bisschen. hätt' ja klappen können immerhin gibt's hier keine Ausdauer, oder was da? Ansonsten wär' ich wahrscheinlich komplett ge... Und blocken Okay, vielleicht wenn ich Glück habe, komm' ich jetzt sogar noch mal in die Phase... Die will ich üben! Mehr will ich eigentlich noch gar nicht... Okay... Ist mir aufgepasst... Oh, da hätt' ich an... Irgendwie angreifen müssen... Hex hier... Blocken... Blocken... Dodgen... Dodgen... Blocken... Blocken... Und Angriff... Okay... 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 Heilige Scheiße... Nee... Ich bin grad faul... Also... Ich hab grad Leben... Ist gut... Komm schon! Ich mach' mich hier nicht lächerlich... Oh mein... Mach' ich dir grade scheiße... Nicht aufgepasst... Nicht aufgepasst... Okay... Meine Chance... Leute... Wir haben... Ernsthaft den dritten Balken voll... Also... Also... Leer meine ich... Alle 3er... Hä... Wo ist die... Ich sehe sie nicht... Was... Das ist... Oh fuck... Das war echt... Das war... Richtig mies... Das war... Richtig mies... Das war... Richtig mies... Das war ja mal... Richtig mies... Richtig mies... Richtig mies... Richtig mies... Richtig mies... Richtig läuft... Yess... Ok... Lass' ich lauf'n... Hahaha... Das war's grad lächerlich... Okay, jetzt kommt sie da mit Alles gut Ich muss einfach nur ein bisschen Ich muss einfach Ruhe reinbringen Und ruhig bleiben Weil Sie hat halt ein Muster Sie hat ein Muster Und das muss ich ausnutzen Ich habe keine andere Chance, das auszunutzen Und das ist halt der beste, also der beste Moment, um überhaupt anzugreifen Ist das hier Fuck Da habe ich nicht aufgepasst Ich muss gerade auffassen Ich habe hier gerade ein bisschen die Übersicht So Und jetzt mit der Dreier Nach dem Heilen sollte ich mich von dem auf keinen Fall treffen lassen Das wäre unglaublich schnell Ja Das ist gut, das kann ich noch dodgen Also da ist jetzt Erstmal warten, dass mein MP wieder voll Okay, sehr schön Sehr schön Aber der Kampf dauert halt auch Auf die Art und Weise echt lächerlich lange Ja, natürlich, ne Ich muss euch mal was euch machen Yo Sehr schön Einige Scheiße Okay Ah Da, 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 da Ich meine, wir müssen es mal so sehen Ich habe schon Die Hälfte Runter Auffassen Nein Nein Ich habe es Ich habe es Nein Nein Wie dämlich Wie dämlich Wie dämlich Wie dämlich Fuck Oh fuck Boah, jetzt habe ich zu früh auch noch Ich werde gerade unabhängig Okay, sehr schön Dankeschön Danke, dass du das tust Was brauche ich gerade Okay Jetzt wieder ein bisschen chill Also, im Sinne von MP wieder auffüllen. Das ist ja hier, man. Der wichtigste Punkt ist, dass ich wie gerade einsetzen kann. Äh, das ist doch voll lange. Ich verarschen. Ja, komm her. Ha. Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Dadurch, also dieses Nicht-Aufpassen ist ja im Endeffekt erstmal nicht so schlimm. Ich verliere ja kaum Leben dadurch. Aber, ich verpasse meine Chancen, um anzugreifen. Das ist gut. Und ich ziehe den Kampf hier halt unglaublich in die Länge. Da ich es nicht schaffe, anzugreifen. Boah, Alter. Das zieht mich. So, lass ich das jetzt mal hin ein. Ich mein, ich hab die Phase, die übrigens gleich nochmal kommt, überlebt. Einmal überlebt. Und, ähm, mehr kann ich in dem Sinne nicht. Also, äh, die harte Phase, die halt... Und das heißt, ich kann eigentlich an sich alles. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Ähm, weil die macht die anscheinend auch einfach mal so. Da bin ich grad nicht drauf vorbereitet gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da bin ich grad überhaupt nicht drauf vorbereitet gewesen, dass sie diese Eisdinger haben. Jetzt kommt wieder Eisdinger. Oh, das ist schon der Dreier. Okay. Boah, Glück gehabt. Okay. Könntest du netterweise ein bisschen chillen? Dankeschön. Danke, dass du chillst. Puh. Glück für mich. Äh, okay. Oh, mein Gott, bin ich dumm. So was darf ich doch nicht treffen. Ach, das schon wieder. Komm schon. Ich würde mich heilen, sollte ich aber nicht tun. So. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt habe ich vor allem die Attacken nicht verwechseln. Ah! Jetzt darf ich die Attacken nicht verwechseln. Jetzt darf ich die Attacken nicht verwechseln. Jetzt darf ich die Attacken nicht verwechseln. Vielen Dank.